Ich habe jetzt eben schon mal so ein bisschen auf den Stand geguckt, da ist ja auch für jedes Alter was dabei, wirklich vom Baby bis, wie Sie schon sagten, zum Erwachsenenalter. Genau. Die Breite ist spannend. Also wir sind ja ein Unternehmen, was, glaube ich, unsere Kunden ein Leben lang begleitet in verschiedenen Phasen, natürlich ganz am Anfang, aber dann auch als Sammlerprodukt, dann wieder als Eltern oder Großeltern oder Paten, insofern die Verbindungen und immer wieder die Kontaktpunkte, die zur Marke steif sind, sind vielfältig über ein ganzes Leben lang. Ich glaube, deswegen ist es auch so, dass wir in Deutschland fast ein Kulturgut sind. Ja, und in wie vielen Ländern gibt es steif? Also wo sind Sie überall vertreten? Wir sind in über 50 Ländern vertreten als Marke.